Hallo zusammen zur folgenden Aufgabe. Was ist die Lösung dieser Aufgabe? Benötigst du noch Bedenkzahl, dann klicke kurz auf Pause, gleich gibt es die Auflösung. Kommen wir zur Auflösung. Der zehnte Teil ist mathematisch ein Zehntel. Der Hälfte, die Hälfte ist ein Halb und der zehnte Teil von etwas ist Mal. Dann vom Drittel, ein Drittel ist eben ein Drittel und die Hälfte von etwas ist Mal und von 420 ist Mal 420. Jetzt können wir kürzen, eine Null oben mit einer Null unten und rechnen Zähler mal Zähler. 1 mal 1 mal 1 mal 42 ergibt 42 im Zähler und im Nenner 1 mal 2 mal 3 ergibt die Zahl 6. 42 Sechstel ist ja 42 geteilt durch 6 und das ergibt 7, daher richtige Antwort, Antwort A. Teile niemals durch Null, aber teile dieses Video, wenn es dir gefallen hat. Bis zum nächsten Mal.